So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Z-Time, I got reincarnated as a slime Isekai Chronicles, wo wir ja unsere Kleinstadt, unser kleines Dorf, was sie zu einer Kleinstadt entwickelt hat, ja, im letzten Part ja sowieso fertig gebaut haben. Und zwar mit ein paar Häusern an ein paar Ecken, die wir eigentlich so vielleicht jetzt eigentlich unbedingt hätten setzen müssen, die wir aber getan haben. Tja, und nun wiederum tun wir jetzt erstmal was anderes, die letzte Konfrontation mit Kataki müsste jetzt theoretisch auf dem Plan stehen, wo wir dann gemeinsam mit Ranga, Gobuta, Rigol und Riguldo, tja, ihm hoffentlich von seinem Hass jetzt abbringen werden. Wie erwartet. Wie erwartet. Tja, der westliche Wald. Jetzt auch noch ein Echsenmensch. Ich habe einen Entzünder mit ihr, um zu sterben zu sterben. Es wird mir gerade gesagt, dass ihr euch nicht mehr so weitergeht. Ich habe keine Ahnung, dass ihr mit einem anderen Gehirn zettetsterkamen mit ihm anstatt. Aber ich glaube, dass sie eine sehr gute Kraft haben, was ihr da angeht? Ich habe immer noch vor, dass ihr euch nicht mehr so sehr. Ich habe euch nicht mehr so sehr gefühlt, dass ihr euch nicht mehr so und damit auch zu sterben. Wenn ihr euch nicht mehr so glücklich macht, dann ist es ein bisschen gut zu sein. Das ist die ganze Zeit, was ihr euch nicht mehr so richtig gefühlt. Tja, wollen wir dann noch mal sehen. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wir kriegen noch Guruta hinzu. Aber anscheinend ist er jetzt, er sagt, nicht relevant. Für diese Runde. Schade. Wirklich schade. Ich hätte jetzt gedacht, wir können jetzt noch einen weiteren Kämpfer mithaben. Aber gut, dann muss es halt auch so gehen. Die nächste Runde gegen Kataki Entrant. Okay, das sind schon blöde Ecke. Wo bin ich jetzt? Wiedersehen. Was? Die Gäste! 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 Okay, es wird wirklich ein bisschen unübersichtlich, aber er geht schon Runde 2 über. Die Gäste! Sie! Sie? Ja? Sie? 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Halt doch noch mal, ich will! Ah, jetzt ist es nicht ständig da an dem... Ich kann mich nicht aufmachen, wenn ich nicht so, was ich es nicht so. Ich kann mich nicht aufmachen. Ich kann mich nicht aufmachen. Ich kann mich nicht aufmachen. Allgemeine Kälte sind alle Kälte. Die Goblins-Warum! Tja, hätten wir besser dann kriegen können. Ich habe keine Ahnung, dass ich dich nicht mehr schlafen. Du bist sicherlich, aber ich werde nicht mehr schlafen. Ich werde nicht mehr schlafen. Sie sind alle, was ich? Aber ich muss nicht, wie ich in den Reichen habe. Ich habe mich nicht überrascht, aber ich werde dich. Wer hat mich nicht verletzt, mit ihnen zu helfen. Ich habe mich überrascht, aber ich werde dir sagen. Aber ich werde dich nicht verletzt, aber ich will. Ich bin ein Geist. Das ist ein Geist. Oh, was ich so? Ich bin ein Geist. Ich habe mich noch ein bisschen geholfen, aber es ist noch nicht so, wenn ich mich wirklich nicht bewegen... ...dessen wir... ...dessen wir... ...dessen wir, ob Sie an den Weg für Sie geholfen? Ja, das ist das Problem. Danke. Danke schön. Tja, soviel dazu. Oh, nee. Obwohl Kataki noch stärker war zuvor und noch mehr Verbündete dabei hatte, konnte Rimuru erneut besiegen. Trainiere Rimuru zur Vorbereitung auf Katakis nächsten Erbarmungslosenangriff. Äh, irgendwas mit Kampfwertung von S oder höher ab, Rimuru. Tja, wenn's weiter nix ist, kriegen wir hin. Das kriegen wir noch auf jeden Fall hin. Scheint mir jetzt an der Stelle ein bisschen egal zu sein, wo wir denn jetzt diese Kämpfe machen. Dann trainieren wir halt ein bisschen im westlichen Wald. Oh, falsche Richtung. Okay, damit hätten wir schon mal die erste S-Rang-Gewertung. Und dann holen wir uns so gleich auch noch die nächste. Und damit wäre auf jeden Fall der Rest hier gleich. Auch wieder perfekt abgeschlossen. Kampf Nummer zwei. Tja, war ne gute Idee gewesen, im westlichen Wald zu trainieren. Da kriegen wir zum Glück ja schnell die richtigen Bewertungen. Auf jeden Fall. Das war jetzt irgendwie die schlechteste Bewertung, die ich bis jetzt hingekriegt hab. Dich, tja, war ne mü? Dich, tja. Dich, tja. Dich, tja. Dich, tja. Dich, tja. Cut! Auch diese Mission haben wir erfolgreich zu Ende gebracht. Jetzt müssen wir auf alle Fälle stark genug sein. Warte mal, wir haben ein neues Gebäude? Was denn für ein Gebäude? Wir haben ein neues Gebäude, wir haben ein neues Gebäude. Ach so, mit neues Gebäude ist natürlich gemeint, wir können jetzt ein neues Gebäude bauen. Ok, Ranga meldet sich von seinem Wachdienst aus. Sie nach, was los ist. Wir haben ein neues Gebäude, aber wir müssen uns in diesem Falle nehmen. Tja, ganz offensichtlich ist Kataki jetzt langsam als sicher genervt. Das ist das, was wir sagen. Herr, ich habe mich mit dem Kater zu Ende gebracht. Ich dachte, dass du bald wieder herkommst. Los geht's, Ranga! Was ist denn mit dem Kapitel der Kataki? Wer war heute? Schau dir in die Augen. Ich weiß, dass du das Ziel einvergleichbar hast. Sie sind hier, glaube ich. endlich! Du hast, genau das mich schon wiederholfen! Ich habe über das Geld in principe die Reise und meine Begleitstaben gefordert. Du kannst du Schwer, någon und mit der Zura schießen, und du kannst du einfach noch relativ schnell anstrengen. Du hast sicher schon einen Geist, oder? Du hast die Kinder, oder? Tja, auf ein neues. Auf ein neues, auf ein neues. Können wir vielleicht jetzt noch irgendeinen passiven Skill? Hinzufügen? Ja, ein paar weitere Skills anzupassen ist ja auch nicht verkehrt. Das ist alles für Rimmel. 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 Okay, diese Stormblitze sind jetzt ein kleines bisschen zu viel. Das ist alles für Rimmel. Okay. Das ist alles für Rimmel. Aber das macht nichts. Fernkampfangriff Ventilator. Das ist alles für Rimmel. Das ist alles für Rimmel. Und da ist alles für Rimmel. Das ist alles für Rimmel. Also, das ist alles für Rimmel. Okay, der Gesamtschaden reicht natürlich nicht für den S-Rang, aber wenigstens die Trefferanzahl. Okay, der Gesamtschaden hat. Gute, wir sehen nicht mehr, was Verhalten hat. Also, in der Lage ist ein IX, wenn man ein wenig Kraft hat. Er ist ein großer Schmerz. Die Erfolger! Die Erfolger! Die Erfolger? Aufdrehen! Ich bin derjenige. Ich bin derjenige, den Portion zu sein. Geh, geh mit dir. Ja! Ich bin immer wieder der Kataqi. Ich bin der Kataqi. Ich bin der Kataqi. Ich bin der Kataqi, wahrscheinlich nicht der Kataqi und der Goblin. Ich bin der Kataqi. Nein, dass ich mich nicht überrascht und nicht in Rettung bin. Ich habe mich nicht von mir geholfen und nicht geholfen. Ich habe mich nicht mehr geholfen, weil ich mich nicht überrascht und verletzt in Rimmel zu verletzen bin. Ich hatte das erste Mal, als ich verletzte, als ich mich nie verletzte, war ich nicht mehr dafür. Das ist jetzt nicht genug, das ist wie ich mich vermute. Was der Grund für ein Verletzende Katerin sagte, was das Gehirn des Gehirns gesagt? Ich habe mich gefragt, wie ich den Züra über die Züra über die Züra übernommen habe. Das ist ein wirklich gefährliches Zeug. Ich habe mich über die Züra über die Züra übernommen. Oh, ich habe mich über die Züra übernommen. Ich bin der Züra übernommen. Ich bin der Züra übernommen, Rimmel. Das ist ein Geheimnis, das im Wald liegt. Das ist ein Geheimnis, das im Wald liegt. Irgendwo. Was war der Kater? Ich habe gesagt, was ein Geheimnis zu holen. Ich glaube. Was ist das Geheimnis zu tun? Das ist ein klartes Gemüsebünen. Das ist einうeinander, was du schon gesagt hat. Das ist das Geheimnis. Es ist das Geheimnis, um das Körper zu dem Körper zu der Körper. Es ist die Heilung. Das kann man, wenn man die Erlegerungen und die Erlegerungen gibt. Man kann nicht nur den Geheimen und seine Geheimen werden. Ja, das ist es nicht der Geheimnis. Ich weiß, dass ich nicht ein Schmuck bin. Ich weiß nicht, was ich... Ich habe das Problem gesagt, dass ich das nicht so gut bin. Ich habe gesagt, dass ich ein Schmuck bin. Wenn ich die Schmuck von der Schmuck von der Schmuck von der Schmuck, dann bin ich vor der Rimmel. Wenn ich das Zeit komme, dann kann ich mich nicht mehr schlafen. Ich weiß, dass ich das nicht so gut bin. Ich weiß, dass ich das Problem wäre. Aber ich habe es nur den Schwenken. Ich glaube, ich habe es für mich. Ich bin an der Schwenken, das Schwenken zu verlegen. Ich habe es für mich selbst gebetet. Ich habe es für mich nicht verletzert. Rimmel, ich danke. Vielen Dank. So, zunehmender Frust. Kataki wieder besiegt, lässt seine Verbündung zurück, um das Geheimnis der Weiterentwicklung zu ergründen. Lito macht sich Sorgen und geht zum nordöstlichen See, um nach dem Geheimnis der Weiterentwicklung zu suchen. Tja, machen wir es mal. Suchen wir also das Geheimnis der Weiterentwicklung. Tja, mal sehen, ob wir uns jetzt... Okay, weiterentwickeln können. Tja, die Expedition beginnt. Das Gebiet scheint allerdings jetzt wirklich um einiges gefährlicher zu sein als angenommen. Wenn er jetzt wirklich diese Armor-Echse ist. Tja, machen wir es nicht. Das ist ein Kuss! Das war's für heute. Interessanterweise sieht das Ganze jetzt hier nach Sackgasse aus. Was ist denn das? Das war's für mich. Geh' ich! Okay, jetzt geht's! Ich bin der Regenvogel! Okay, da kann der Bossgegner sein. Hier wiederum ist jetzt noch eine weitere Truhe. Okay, da kann der Bossgegner sein. Okay, da kann der Bossgegner sein. Also sieht irgendwie nicht danach aus, als würden wir hier irgendein Geheimnis finden können. Jedenfalls noch nicht. Tja, Benimaru, was ist jetzt los?